Wenn es um Lernumgebungen geht, dann denken wir Lehrenden ja oftmals an Learning-Management-Systeme. Neben diesen Systemen setzen Studierende aber auch viele andere Systeme zum Lernen ein, zum Beispiel Office-Anwendungen natürlich, Notiz-Apps, Messenger, Social Media oder Werkzeuge wie beispielsweise Tabellenkalkulation oder ähnliches. All diese Werkzeuge zusammengenommen bilden das Personal Learning Environment der Studierenden. Studierende oder Menschen generell bauen sich ein solches Environment auf im Sinne lebenslangen Lernens. Wir Lehrenden wundern uns manchmal, wieso Studierende beispielsweise nicht in Foren im Learning-Management-System aktiv sind. Dabei verwenden Studierende gleichzeitig andere Systeme und diskutieren dort, beispielsweise in Messenger-Gruppen. KI-Sprachsysteme werden zukünftig ganz natürlich zu Personal Learning Environments von Studierenden gehören. Studierende werden diese Systeme einsetzen im Rahmen ihrer Lernprozesse. Wenn Studierende aber zukünftig KI-Sprachsysteme im Rahmen ihrer Lernprozesse einsetzen und diese zu ihren Personal Learning Environments gehören, dann sollten wir Lehrenden diese Systeme auch produktiv in der Lehre einsetzen und Studierende dabei begleiten, wie sie diese Systeme sinnvoll und produktiv nutzen können. Drei Untertitelung des ZDF für funk, 2017